Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Preisvergleichsvideo dabei seid. Ja, die Preisvergleichsvideos kommen ja immer ganz gut an. Heute habe ich zehn Sets, die ich vergleiche in vier Shops plus AliExpress. Ich ändere da immer mal ein bisschen was ab. Diesmal haben wir dabei. Hitian, Joy, Your Wop, Blockbrick, World und AliExpress. Bei AliExpress muss man klar sagen, da ändern sich die Preise sehr, sehr schnell. Und ich versuche da mal geguckt, so welche Shops, was taucht am häufigsten auf, was ist so das Günstigste und den habe ich dann genommen. Das kann, wenn ihr guckt, schon wieder ganz, ganz anders sein. Aber einfach mal so, um so ein Gefühl zu bekommen, so einen kleinen Vergleichswert auf jeden Fall zu bekommen. Aber die Preise sind alle inklusive Versand. Wenn dann noch irgendwo zum Schluss kleine Zahlungsgebühren draufkommen, dann sind die nicht mit drin. Nur mal so als Hinweis. Aber alle sind inklusive Versand und alle sind in Dollar. Also alle in Dollar. Mir passiert das ab und zu mal, dass ich Euro sage. Aber es sind wirklich alle in Dollar. Darauf ist zu achten. Weil das am einfachsten ist, zu vergleichen die Dollarpreise nämlich. Ich habe wieder nur chinesische Läden. Es wurde mal ab und zu mal gesagt, kannst du vielleicht auch irgendwie die deutschen Läden mit reinnehmen? Wo ich sage so, ja, würde ich ja gerne tun. Aber dort sind die Sets dann meistens noch nicht vorhanden. Die kommen da natürlich erst um einiges später. Und dann habe ich natürlich auch keine Preise. Also insofern China-Vergleich, Preisvergleich. Also wenn die Deutschen vergleichbare Kleise hätten oder also schon die Dinger hätten, dann könnte ich das auch mit reinnehmen. Aber da ich natürlich auf aktuelle Sets gehe, die die jetzt so ungefähr neu reingekriegt haben. Das ist auch von Laden zu Laden komplett unterschiedlich, was die gerade in welcher Reihenfolge reinkriegen. Also ich musste auch ein, zwei Sets wieder rauswerfen, weil die nur in einem Shop vorhanden waren. Und ich will ja mindestens irgendwie schon einen Vergleich anstellen können. Deswegen müssen sie auch in mehreren Shops vorhanden sein. Sonst verbringt das irgendwie überhaupt nichts, sage ich mal so. Also das kann gut sein, dass ihr andere Sachen findet oder eben die ich jetzt hier nicht drin habe. Das liegt dann eben an solchen Dingen, dass das nur in dem einen Shop vorhanden ist und ich das deswegen auch hier in meinem Vergleich nicht drin habe. Ja, das dazu. Und dann würde ich mal glatt sagen, wir fangen an mit dem ersten Set. Ja, und das erste Set ist von Kada. Das ist der Jeep Wrangler Rubicon mit der Set Nr. 61006 und 1941 Teilen. Ja, das Ding hat, so wie ich das gesehen habe, automatisch immer Motoren mit drin. Also für alles lege ich kein Feuer, äh, kein Feuer in die Hand, kein Hand in die Feuer, so. Ähm, gut. Aber gucken wir mal da die Preise an. Die haben wir sozusagen bis auf Blockbrick World haben alle dieses Set vorhanden. Und da ist ganz knapp Hitian vorne mit 106,37 Dollar. Aliexpress hat 107,45 Dollar. Bei Hitian kommt noch eine kleine Zahlungsgebühr drauf, also wäre in diesem Fall wahrscheinlich sogar Aliexpress inklusive dieser Gebühren günstiger. Ähm, bei Aliexpress, äh, wisst ihr nur manchmal nicht genau, ist der Shop vertrauenswürdig oder wie lange braucht der Versand. Aber das muss dann jeder selbst entscheiden. Ähm, die Wob hat 111 Euro, ist also nur knapp drüber. Und Joy ist mit 127 Dollar, äh, Dollar, ich sag schon wieder Euro, mit 127 Dollar 93 doch um einiges teurer, nämlich fast 21 Euro. Oder sogar über 21 Euro. Ja, das war das Erste. Als Zweites kriegen wir nochmal ein Kaderset, nämlich der Lamborghini Centenario C61041. Die Setnummer 3842 Teile. Ähm, faszinierend, dass es billiger ist, denkt ihr? Ja, der hat aber keine Motoren. Der andere hatte Motoren. Das ist dann der Unterschied. Deswegen ist die Set günstiger, weil die Motoren kosten natürlich, ne? Ähm, auch hier ist Hitian wieder der günstigste mit 103 Dollar 78. Und dann kommt Blockbrick World mit 108 Dollar. Als nächstes würde Aliexpress mit 111 Dollar 71 kommen. Dann kommt Joy mit 129 Dollar 04. Und, ähm, schlusslich dieses Mal EuroWob mit 137 Dollar. Also ganze 34 Dollar mehr als Hitian. Das ist auch schon wieder ein gravierender Unterschied, finde ich. Ähm, ja. Wird einem dann immer sehr deutlich, ähm, wie das schwankt, ne? Bei anderen Sets ist dann wieder EuroWob billiger. Also das ist eigentlich schon manchmal ein bisschen witzig. Gut, dann kommen wir zum Hersteller Carbox. Da haben wir den Bugatti Bolil, ähm, 10211. Die Set-Nummer 3588 Teile. Ähm, 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 ja. Da ist jetzt in diesem Fall EuroWob am günstigsten mit 93 Dollar. Gefolgt von Hitian mit 93,92 Dollar. Und Blockbrick World mit 98,50 Dollar. Dann kommt Aliexpress mit 99,17 Dollar. Und zum Schluss dieses Mal Joy mit 106 Dollar. Ähm, Unterschied hier sind nur, ja, 12 Dollar im Grunde genommen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, da ist dann die Spanne wieder kleiner. Und eben EuroWob der günstigste. Bei EuroWob habe ich sowieso das Gefühl, werdet ihr schon merken bei den nächsten Sets, als wenn die ein bisschen nachgezogen haben. Also ein bisschen reagiert haben auf die anderen. Die waren lange Zeit immer mit die teuersten. Jetzt sind sie öfters mal der billigste. Also, ne? Da ist auch immer Veränderung im Markt. Dann kommen wir als nächstes zu Muldking der Angel Square mit der Set-Nummer 16,003 und 2960 Teilen. Auch hier ist EuroWob der günstigste mit 75 Dollar. Hitian kommt mit 77,29 Dollar. Und Aliexpress abgeschlagen wird 109,06 Dollar. Die anderen beiden Joy und Blockbrick World haben das Set noch nicht im Angebot. Ähm, ja. Kann man also auch keinen Preis nennen. Dann haben wir wieder Muldking. Und zwar die Konzerthall mit der Set-Nummer 16,003,2875 Teile. Hier ist dann wieder Hitian der günstigste mit 90,29 Dollar. Und die anderen bewegen sich alle so ein bisschen im gleichen Rahmen. Der nächste ist nämlich dann schon mit 18 Dollar mehr. Blockbrick World mit 108 Dollar. Und dann kommen Joy und JoWob beide mit 110 Dollar. Ja. Und absoluter Spitzenreiter ist Aliexpress mit 117,51 Dollar. Ja. Da haben wir dann sozusagen schon wieder 27 Dollar Unterschied zwischen dem ersten und letzten. Aber auch schon 18 Dollar Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Platz. Ähm, ja. Wie das zustande kommt? Ähm, keine Ahnung. Ob da irgendwie, äh, die Bestellmengen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Shops so unterschiedlich viele Bestellmengen machen. Also, ich weiß es nicht, woran es liegt. Dann haben wir noch mal Muldking. Der Costume Shop, äh, MK 11005, 2805 Teile. Auch hier ist, äh, Hitian mit 85,42 Dollar der günstigste. Dann kommt JoWob mit 100 Dollar. Also auch schon 14,50 mehr. Und zum Schluss Aliexpress mit 117 Dollar. Also, ja. Das sind dann glatte 31,50 Dollar mehr bei Aliexpress. Ähm, Joy und Blockbrick World haben das Set noch nicht im Angebot. Also können wir hier nur diese drei vergleichen. Jo, dann kommt noch ein Muldking-Set und zwar der Groove GMK Crane mit, mit Toren. Also, dies hier ist dann der Preisvergleich für die Motorenversion. 17,013. Die Setnummer 4460 Teile. Damit auch das größte Set heute von der Teilemenge her. Ähm, kostet am wenigsten bei JoWob mit 175 Dollar. Dann kommen Blockbrick World mit 176 Dollar. Also gerade mal ein Dollar mehr. Dann kommt Hitian mit 182,29 Dollar. Und dann Joy mit 183 Dollar. Und Aliexpress mit über 200 Dollar. Nämlich 201,21. Ähm, ja. Da bewegen sich die ganzen Shops so alle so im Bereich von 8 Dollar. Ähm, kein großer Unterschied bei den vier Shops. Nur Adiexpress ist dann 25,26 Dollar teurer. Ja. Dann kommen wir zum anderen Hersteller, Moyu. Ähm, das ist der Lamborghini Lambo V12 Vision Vision mit Motoren in diesem Fall. 8800,1. Die Setnummer 2527 Teile. Auch hier ist JoWob wieder der günstigste mit 125 Dollar. Ähm, Gefolg von Hitian mit 125,78 Dollar. Und dann kommt Blockbrick World mit 132 Dollar. Joy mit 140 Dollar. Und Aliexpress als letztes mit 144,81 Dollar. Also zwischen dem ersten und dem letzten knapp 20 Dollar Unterschied. Ähm, ja, JoWob und Hitian geben sich nicht wirklich viel. In dem Fall beim Preis. Also, ja. Aber auch hier wieder Unterschiede. Hoch 3. So. Als nächstes haben wir ein Urge-Set. Und zwar die Bricktown Police Station. Die Setnummer 101,99 mit 2967 Teilen. Haben wir nur bei Hitian und Joy. Ähm, und bei Aliexpress. Hitian gewinnt da mit 84,67 Dollar. Könnte natürlich sein, dass JoWob günstiger ist. Aber sie haben sie noch nicht. Ähm, Joy mit 96 Dollar. Und dann kommt Aliexpress als Schlusslicht mit 99,07 Dollar. Macht dann sozusagen zwischen Hitian und Aliexpress so ungefähr 14 Euro. Ähm, jetzt 14,50 Dollar Unterschied. Ähm, ja. Hält sich noch in Grenzen. Aber wir haben wie gesagt auch JoWob und Blockbrick World nicht dabei. Das wäre interessant gewesen. Aber ist nicht so. Gut. Als letztes Set haben wir Winner Tracktors. Die Motorenversion in diesem Fall wieder. 71,19. Die Setnummer. 1.706 Teile. Da haben wir mal ausnahmsweise Hitian nicht dabei. Und dann ist sozusagen dieses Mal Aliexpress. Der günstigste mit 88,77. Ähm. Und dann kommt Joy mit 94 Dollar. JoWob mit 95 Dollar. Blockbrick World auch mit 95 Dollar. Ich würde da persönlich, wenn ich den haben will, ganz klar bei Joy oder JoWob bestellen. Oder Blockbrick World. Also die geben sich ja nichts. Und dann die 6, 7 Euro mehr bezahlen. Weil da bin ich einfach mehr auf der sicheren Seite als jetzt bei Aliexpress. Also ist mein Gefühl. Äh, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aber ich fühle mich bei diesen Shops dann einfach wohler. Ja. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Äh. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Dinge rausgezogen. Man kann so ganz allgemein sagen, ähm. In diesem Video war bis auf das letzte, wo Aliexpress der günstigste war, war immer Hitian oder JoWob der günstigste. Weder Joy noch Blockbrick World hat es einmal auf Platz 1 geschafft. Ähm. Ja. Ist das ein Zeichen? JoWob hat, zieht JoWob nach, äh. Haben sie die Preise gesenkt? Hat Hitian die Preise erhöht? Äh. Ich weiß es nicht so richtig, ähm. Woran es liegt. Aber ich denke mal eher, dass JoWob auf den Markt reagiert hat und jetzt einfach sagt, ey, sie passen da mal ein bisschen was an. Ist zwar noch nicht bei allen Sets passiert, aber bei einigen auffällig, dass sie sich sehr nah an Hitian georientiert haben, ne. Also Hitian 93,92. JoWob 93 Euro. Beim nächsten Hitian 125,78. JoWob 125 Euro. Hm. Naja. Man weiß es nicht. Also wir werden es weiter beobachten. Mal sehen, wie es im nächsten Preisvergleich aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen oder Mittag oder Nachmittag. Je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Ähm. Viele, viele, die mich gucken, haben mich noch nicht abonniert. Ähm. Schade. Würde mich mal interessieren, woran es liegt. Schreibt doch mal einen Kommentar unten rein, was euch davon abhält, mich zu abonnieren, was ich verbessern könnte. Wäre ja mal eine interessante Sache. Gut, ich weiß, einige abonnieren grundsätzlich nicht. Habe ich auch schon mal gehört. Ähm. Aber ein paar sind bestimmt dabei, die sagen, nee, es reicht mir nicht, bei Sven Gadget auf den Abo-Bladen zu drücken. Ähm. Das würde mich echt mal interessieren. Aber gut. Ja. Schreibt auch allgemein Kommentare, ähm, was ihr davon haltet von dem Video. Gefällt euch da irgendwie was gut oder wie auch immer. Ja. Schreibt einfach rein, was ihr wollt. Daumen hoch. Würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ähm. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss. Tschüss.